Äh, da hinten geht's weiter. Okay. Aber da oben glitzert was. Ach, das ist eine Lampe. Das haben alle Lampen so an sich, dass die hell sind. Und hier haben wir... Keine Ahnung. Eine Karte, ein Bild, keine Ahnung. Jedenfalls haben wir's. So, und hier... Aha, da haben wir's dann. Da mussten wir nur... Ja, nur warten, bis das aus ist, wenn's denn ausgeht. Nee, da müssen wir was kaputt machen. Aber wie? Ähm, was zur... Ach, das war falsch. Können wir das irgendwo hinschmeißen? Ja, wie kriegen wir das jetzt aus, ne? Äh... Okay, normale Messerchen schmeißen wir dann. Ah, cool. Normale Messer haben gereicht. Ja, ich muss direkt mit Explosionen ankommen. Äh... Ach, da lang. Ist da unten noch was? Ja, da unten. Was haben wir denn hier Feines? Hä? Schade, erstmal gar nix, aber da kommt doch... Ah, da hinten ist ne Schriftrolle. Geht's hier runter? Nein, schade. Okay. Was hat die uns denn mitzuteilen? Tribut an die Gefallenen. Von der Stadt für die unbekannten Soldaten. Keine Sprache auf der Welt verfügt über die Worte und in aller Ewigkeit ist nicht ausreichend Zeit, um die Dankbarkeit der Einwohner dieser Stadt und der ganzen Menschheit gegenüber den tausenden anonymen Soldaten auszudrücken, die in den üblen und dunklen Zeiten Dragulas kämpften und starben. Von denen in die Schlacht von Nifl... 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 Hell? Nifl... Hell? Gefallenen bis hin zu den ruhmreichen Siegern des endgültigen Belagerungssturms auf die Burg haben alle ihren Platz in der Geschichte und ein aufrichtiges Gebet verdient. Okay. Wenn du das so sagen möchtest, lassen wir dir das. Äh... Hallo? Wie komm ich jetzt da wieder hoch? Ah. Hopp. Äh? Zack, zack, zack. Ja, jetzt halte ich auch fest hier. Mach nicht so um Geschiss. So. Ja, äh... 18 Sekunden noch, okay. Okay, ich dachte, jetzt kommt hier irgend so ein Mega-Monster reinmarschiert und will uns erstmal den Kopf abbeißen. Okay, na, so dann. Immer erst alles kaputt machen und randalieren. So, ja, wir können alles zerstören. Können wir die hier von außen zumachen? Nein, ist vielleicht auch besser so. Ja, was haben wir denn jetzt hier alles? Erstmal eine Tür. Und da haben wir es. Oh Gott, wo geht es denn hier überall hin? Was haben wir hier alles? Bücher, ja, eine Heizung. Okay. Und? Ah, da können wir klettern. Okay. Will ich das? Ich weiß es nicht. Überlegen, was uns noch... Nein. Wir machen das. Oh, scheiße. Kriege ich die EP so aufgesammelt? Nö. Na, dann wieder Entratten. Ach, jetzt muss das Portal erst wieder aktiviert werden. Klasse. Komm, mach. Ich will die EP einsammeln. Liebes Schattenportal. So. So. Naja. So, komm. Ey, wo sind denn die jetzt? Sind die jetzt weg? Die waren doch eben noch da. Da waren doch gerade eben noch EP. Was ist denn das für ein Witz? Puh. Haben wir die irgendwie... Ach, keine Ahnung. Naja. Dann krabbeln wir mal munter in die nächste Zelle. Äh, irgendwie will ich hier menschlich werden. Also, wieder in die Menschenform zurück. Das ist fies. Wie komme ich denn da jetzt bitte dran? Ist hier irgendwo ein Schattenportal? Okay. Naja. Dann weiter. Was ist denn hiermit? Ach, jetzt haben wir verschiedene Rattenlöcher, oder wie? Und cool. Nehmen wir das. Okay. Ähm. Okay. Dö, 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 dö. Ich weiß nicht, wohin. Hierhin schon mal nicht. Äh. Geht ihr weg? Das hat doch was hier so als kleine Ratty-Maus hier durchzuflutschen. Oder auch nicht, weil es hier nicht mehr weitergeht. Na dann. Metzeln wir jetzt alles nieder, würde ich sagen. Wobei ich mal gern checken würde, wie viel Beherrschung wir jetzt haben. Also mit unserem AOE angreifen. Okay, der kombinierte Wirbel ist schon relativ hoch. Der ist fast fertig. Ach, der ist fertig. Cool. Okay. Ah, den können wir sogar upgraden. Moment, hä? Das ist der kombinierte Wirbel, okay. Ach, in der Luft. Hoch. Shit. Na dann graden wir die Scheiße mal ab. Kostet ja nicht viel. Naja. Okay. Ähm. Was haben wir hier? Die kombinierte Schattenpeitsche. Ah, das ist ja der... Die direkt-heftig-Kombo. Okay. Was haben wir denn hier noch? Konste... Ach ja, das können wir noch powern. Gut, 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 gut. Machen wir das gleich mal. Auch wenn es nicht trifft. Ah. Tötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötöt toll. Ne, das ist nicht der Angriff, den ich machen wollte. Das ist er. Ja, genau. So sieht das schon besser aus. Füllen wir das mal auf. Hä? Was haben wir denn da? Ach, ein Getränk. Ein Energy Drink. Okay. Magieauffüllungsstation. Und ein Ofen. Naja. Irgendwie muss hier ein bisschen mehr passieren. Ich brauche gerade ein bisschen mehr Action. Ja, hier springen wir jetzt frech runter, wie immer. Oh, was haben wir denn da? Öh! Okay. Okay! Aus dem Nichts tauchen sie da auf. Wir nehmen dir erstmal dein Schild weg. Kriegen wir da... Warum kriegen wir Schaden? Warum haben wir ja Schaden bekommen? Okay. Ha, naja. Egal, passt schon. Den hauen wir dann erstmal jetzt ganz dreckig weg. Ah! Oh, unsere Fokusleiste ist voll. Cool. Ach man, nein. Ah, doch, da bist du ja. Nam, 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 nam. Ich liebe das. Sind das Vampirkrieger? Ups! Könnte sein, dass das Vampirkrieger... Jupp, das sind Vampirkrieger. So, ah! Du Saugesicht! Ah, ich dachte, wir können ihn vielleicht kontern. So war es nicht gemeint, aber... Ah! Stocher, Stocher! Hä? Zack! 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 Ja! Sehr zufriedenstellende Angriffe. So, hier hauen wir erstmal alles kaputt. Ah! Ah! Funktioniert nicht. Ähm, erstmal umgucken, was wir hier so haben, bevor wir jetzt irgendwelche Schalter umlegen. Ja. Ähm, bapapapam. Wir legen den Schalter um und gucken mal, was passiert. So. Gar nichts. Okay. Wie können wir hier weiterkommen? Äh, ja. Das funktioniert. Okay. Warum nicht? Eben hat es nicht funktioniert, aber... Egal. Das war... War besonders brennendes Gras, ne? Okay. Ach, da haben wir sogar was. Dann drehen wir mal am Rad. Holla diho! Holla diho! Ja, komm, mach... Was auch immer wir gerade gemacht haben. Können wir jetzt dann wenigstens hier... Hier die Kurbel anwerfen. Den Generator. Na los! Du sollst den Hebel greifen. Ah! Ja. Es funktioniert. Hahaha. Dracula, der Techniker. Okay. Hier soll es nicht lang gehen. Das heißt, wir wollen dort hoch. Aber... Das sieht nicht so wirklich machbar aus. Nope. Da kommen wir dann wahrscheinlich eher wieder runter. So, dann bringen wir uns mal hier hoch, mein kleiner Kletteraffe. Hä? Ja, wohin willst du denn? Aha. Ich will trotzdem auf die andere Seite. Und was gibt es diesmal für einen tollen Blutkubus hier? Ah, wieder Zorn, Wut, Chaos. Sehr toll. Boah, wie alles... Der schräge... Total schräger Flur. Haha. Okay, da geht's weiter. Da ist eine Wand. Das heißt, wir brechen durch die Wand. Und dann haben wir wieder irgendwas bekommen. Ich glaube, das ist ein Bild. Ich habe ja die Hinweise ausgeschaltet. Also bin ich quasi selbst schuld. Oh, komm schon, du Sau. Komm. Ja. Schild weg. Sehr schön. Oh, der hat nicht mal ein Schild. Aua, und der andere da hinten auch nicht. Okay. So, das heißt, wir hauen hier direkt und heftig zu. Ja. Aber nur, wenn sie auch dementsprechend in der Nähe sind. Sonst haut uns ja einer... Uh, so ganz dreckig von der Seite an. Na, komm schon. Zack, zack. Was ist das? EP? EP! Yay! Uh, wo kommst du denn her? Nö! Ey, jetzt mal gut hier. Komm schon. Ah, der dreht sich nicht schnell genug rum. Au. Guter Seitwärtsschritt, mein Freund. Na los. Nein, hau den oben. Ah, Mann! Ist jetzt gut. Au. Das hat wehgetan, weißt du das? Schon minimal assi grad. Ah, ah. Nein, 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 nein. Ja! Ja! Klar! Hast du jetzt auch einen Finishing-Move oder was? Ey, ja, klar. Jetzt Dreieck. Das ist ja viel zu abwechslungsreich für mein armes Hirn. Mann, ich war hier grad irgendwas am Machen. Ey, wieso krieg ich die ganze Schose nicht mehr geblockt? So, dann machen wir's mal so. Jetzt hier extrem skillerisch. Uh, nein, 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 nein. Ist der weg? Ja, der ist weg, so. Ey, sag mal. Ich krieg die normalen Angriffe nicht geblockt. Was soll denn das jetzt? Ja, den darf ich nicht blocken. Das weiß ich ja. Mann, du Spack. Komm her. Gib mir die Punkte. So. Uah. Scheiße, da war ich zu langsam. Geht doch. Zack, zack, zack. So. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Okay. Äh, da geht's nicht durch oder so? Nee, ne? Nö. Hm. Haben wir sonst noch irgendwo eine Möglichkeit weiterzugehen? Nee. Na dann. Na. Ja, erwartet uns aber auch irgendwie. Ah, da geht's weiter. Okay, dann. Erst mal hier schauen. Oh, hier geht's aber erstaunlich weit. Das, ah nein, da geht's in Wirklichkeit weiter. Okay, warte, hier waren wir schon mal. Hä? Ach, wir haben jetzt die Türen geöffnet. Okay. Okay. Den Strom angeworfen, damit wir überhaupt weiter können. So, Dank an die Helden. Denkmal von der Zunft des psychiatrischen Personals für die Helden der Stadt. Juni 1910. Wir zelebrieren den Bau dieser hervorragenden Anstalt, die den Bewohnern unserer Stadt sofort zyklische und notwendige Dienste erweist. Trotz der Jahrhunderte, die seitdem vergangen sind, haben die dunklen Zeiten Draculas dem kollektiven Unterbewusstsein der Menschen ihre Spuren hinterlassen. Selbst heute, Jahrhunderte nach dem Sieg der Bruderschaft über den Bösen behandeln, behandeln wir immer noch tausende Fälle mit einer irrationalen und unkontrollierbaren Angst vor Vampiren und anderen Kreaturen der Nacht. Dank derer, die Dracula bekämpften und besiegten, werden diese Angst, Ängste nie wieder Wirklichkeit. Dank der, die haben uns nicht besiegt. Wir sind doch noch da. Okay, das war's, aber dann auch hier. Huah, scheiße. Jetzt muss ich wieder Treppen laufen, der natürliche Feind des Zockers. So, aber immerhin kommen wir jetzt an den nächsten Kubus. Der war doch, ähm... Moment, wo war'n der? Hier irgendwo war doch dann... Ach, ist die Tür jetzt noch zu, oder was? Du gehst mir jetzt auf den Senkel, du Spack. Ich mach' erst Kubus. Oh, oder auch nicht, die unterbrechen uns ja tatsächlich. Au, 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 au. Scheiße, scheiße, scheiße. Das ist ganz schön eng hier drin. Wir wollen hier mal ein bisschen in den Gang. Ei, 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 ei. Ey, jetzt hör' auf auszuweichen und lass dich hier mit meiner Direktheftig-Gombo ein bisschen treffen. Blocken. Ich seh' nix. Toll, jetzt ist der nicht mehr Gedingens. Ah, doch, jetzt ist das wieder. Und jetzt war er erst mal... Mann. Ach, du interessierst mich jetzt nicht. Du wirst jetzt auch zermatscht. So, absorptionieren. Komm her. Ah, jetzt hätte ich fast den Kubus vergessen, weil ich dachte, wir hätten ihn vielleicht schon gemacht, ne? Oh, Lebensstein. Das ist cool. Oh yeah, einer fehlt noch. Haha. Na dann, was sagt diese tolle Schriftrolle? Ursprung der Nervenheilanstalt. Dieses Denkmal soll an den Bau der städtischen Nervenheilanstalt im Jahr 1902 erinnern. Bei der Fundamentenlegung für das Gebäude wurde ein Massengrab mit tausenden Knochenüberresten von Neugeborenen entdeckt. Bis dahin hatte niemand an gewisse Legenden über die gespielenden Draculas geglaubt, die sich in Schlangen verwandelten, in die Häuser der Städte um die Burg herum eindrangen und Babys stahlen. Jetzt wissen wir, dass diese fürchterlichen Legenden wahr sind. Dieses Denkmal soll ein Tribut an all jene sein, die während dieser Zeit der Gräuel und Verzweiflung lebten, litten und starben. Okay. Also in Mirror of Fate hatten wir eine Gespielin kennengelernt, mehr oder minder, wenn das eine Gespielin war. Es war halt eine, ja, leicht aufreizende Frau hier mit ganz vielen anderen ziemlich gut bestückten Frauen. Äh, wo ist hier der Knopf? Hallo? Hä? Ah, da ist einfach so ein... Ah. Na dann ziehen wir dran. Ja, und die haben aber getötet und so. Und dass die irgendwas mit Kindern gemacht hätten, das ist nicht wirklich rausgekommen. Aber naja. Wer weiß, ob die was falsch interpretieren oder eben nicht. So. Ja. Ach, wir sind immer noch nicht... Ich dachte, wir wären jetzt mal langsam da. Na, das sieht doch irgendwie nach Bosskampf aus. Hussa! Oh, nein. Einfach nur wieder Massenkampf. Okay. Ah, Moment. Dö, dö, dö. Äh, so. Genau. Stunde in Glas, wenn dann. Hup, bup, bup. Hup, bup, bup. So, benutzen. Äh, sehr schön. Äh, was wollten wir machen? Ach ja, äh, nein. Doch, die, das da. Dö, 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 dö. Aua. Dö, 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 dö. Oh, yeah. Wie der das eiskalt durchzieht. Hört gar nicht mehr auf damit, ne? Oh, ho, ho. Wenn wir so weitermachen, ist das auch gleich beherrschungsmäßig voll. So. Ah, da ist noch einer. Huh. Und da ist noch einer. Okay. Was? Nur noch drei Sekunden? Nein! Oh nein, es ist ausgelaufen. Aua! Ach, schmeiß mal doch eins. Ah, man, jetzt habe ich es abgebrochen. Komm, schmeiß das Ding auf den Boden. So ist es richtig. Zack, 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 zack. Sollte. Ready for your orders, Likes? Sir, yes, sir! I can't see any possessed around here, Captain. Just this man here. He's not wearing a gas mask. I can see that. You'll have to come with us, sir. Hey, perhaps you didn't hear me, sir. Step aside. You're coming with us. Like it or not. Surround him! Ähm. Ja, nee, ist klar. Als, als ob, ne? Gleich nochmal ein Stundenglas. So. Spüre meine, oh. Spüre meine Krallen, du Sau. Oder, ah doch, ja. Ah, doch. Es funktioniert mit den Krallen, aber, ah. Er will sich nicht wirklich treffen lassen. Es dauert. Ich glaub, wir haben's, ja? Oh, da haben wir noch mehr. Nein, es schüttelt. Jetzt ist es kaputt. Dann kommt jetzt der Nächste dran. Den hauen wir einfach mal ein bisschen, solange es eben funktioniert. Äh. Ist der tot? Der ist tot. Cool. Ja, stirbt ein für alle Mal. Ey, eben wolltet ihr uns noch retten? Was soll denn das bitte sein, ey? Oh, den können wir außen lutschen. Ey, komm her. Ey, das ist nicht cool. So, einmal Synchron blocken und... Okay. Na dann, warum nicht? Ey, hörst du auf, mit der Gärtling auf uns zu schießen? Geht ja gar nicht. Ah. Ey, 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 ey. Wer dich, Dracula? Okay, das interessiert den nicht, dass wir... Boah. Ihn so angreifen. Okay. Ja, das ging eigentlich noch ziemlich locker von der Hand. Recht knapp mal kurz. Aber wir haben ja gewonnen, ne? Ha, interessant. Hey, wir retten dich, aber dann sagen wir mitten im Kampf, stirb ein für alle Mal, weil es dann so viel Sinn ergibt. Wo bringst du uns hin, Leiter? Na? Zu einem Kubus? Oh, oh, oh. Oh. Was ist das? Ach so. Ach so. Wir brauchen erst dieses behinderte Ding und dann brauchen wir die Nägel für da rein. Ah. Okay, das ergibt... Ah. Ich hab schon gedacht, was meinen die mit Nägeln? Das ist doch irgend so ein Emblem und kein Nagel. Naja. Ja, schmeißen wir erstmal die Heizung in der Bude an, samt Licht und Lampen und Computern. Bisschen zocken. Oh, was denn? Okay. So, hier haben wir gerade einen Speicherpunkt. Ah, und da sieht es schon wieder so interessant aus. Wir gucken mal noch gerade. Ah. Perfekt. Oh, ja, wie geil. Oh, das ist ja perfekt. Oh, scheiße. Wird da unten gekämpft? Jupp. Yeah. Ja, da unten wird gekämpft. Oh, Leute, schaut euch das mal an. Yeah. Gut, das ist ein perfektes Bild, Leute. Hier mach ich mal wieder ein kleines Session-Ende. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel so gut wie mir. Es ist einfach geil. Und ich freu mich so drauf, wie sich das Ganze noch entwickelt. Das hier ist ja noch der Anfang von allem. Also wirklich viel ist ja noch nicht passiert. Wir wissen ja eigentlich noch gar nichts, außer der Anfangsaufgabe. Ich bin so gespannt, Leute. Ich bin so gespannt. Aber ich mach jetzt mal eine Pause. Ich muss mal was trinken. Naja, Leute. Macht's gut. Wir sehen uns. Ich bin raus. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020